Stellen Sie sich vor, Sie entspannen sich in Ihrem Wohnzimmer, während ein 65 Zoll Fernseher mit beeindruckender Bildqualität und lebendigen Farben Ihre Lieblingsfilme und Serien zum Leben erweckt. Der Hisense E7NQ Pro verspricht genau das. Ein intensives Heimkinoerlebnis, das sowohl für Filmfans als auch für GEMA gleichermaßen verlockend ist. Doch hält dieser Fernseher wirklich, was er verspricht? Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf dieses Modell werfen, um herauszufinden, ob es Ihre Erwartungen erfüllen kann. Der Hisense ist mit seinem minimalistischen und schlanken Design ein echter Hingucker in jedem Wohnzimmer. Das Gehäuse in elegantem Schwarz wirkt modern und hochwertig, während die dünnen Rahmen um den Bildschirm die gesamte Aufmerksamkeit auf das Display lenken. Der Standfuß ist robust und stabil, bietet jedoch keine Möglichkeit zur Höhenverstellung oder Schwenkung, was bei der Positionierung des Fernsehers berücksichtigt werden sollte. Die Verarbeitung des Geräts wird von vielen Nutzern gelobt, da es keine sichtbaren Mängel oder ungleichmäßigen Oberflächen gibt. Der Fernseher ist zudem für die Wandmontage geeignet, was besonders in modernen, platzsparenden Wohnräumen von Vorteil ist. Handeln Sie jetzt! Wenn Sie neugierig auf die beeindruckenden Funktionen dieses Fernsehers sind, schauen Sie sich die Produktbeschreibung auf Amazon an und erfahren Sie mehr. Der Bildschirm des Hisense ist zweifelos das Highlight dieses Modells. Mit einer beeindruckenden 4K-Ultra-HD-Auflösung und einer Bildüberholrate von 144 Hz liefert der Fernseher eine exzellente Bildqualität, die sich besonders beim Schauen von schnellen Sportevents oder actionreichen Filmen bemerkbar macht. Die QLED-Technologie mit Quantum Dot sorgt für lebendige Farben und einen breiten Farbraum, der 90% des DCI-P3-Standards abdeckt. Die Full Array Local Dimming-Funktion ermöglicht es dem Fernseher, Schwarzwerte tief und Farben satt darzustellen, was zu einem intensiveren Seherlebnis führt. Zusätzlich unterstützt der Fernseher verschiedene HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+, was den Dynamikumfang und die Farbgenauigkeit weiter verbessert. Ob Sie Film in einem dunklen Raum genießen oder bei Tageslichtfernsehen, die Bildqualität bleibt stets auf höchstem Niveau. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Tests und Empfehlungen zu verpassen. Die Audioleistung des Hisense ist gut, aber nicht überwältigend. Mit einem 2.1 Soundsystem ausgestattet, das aus zwei Hauptlautsprechern und einem Subwoofer besteht, bietet der Fernseher eine Gesamtleistung von 40 Watt. Die Integration von Dolby Atmos und DTS Virtual sorgt für ein immersives Klangerlebnis, das den Zuschauer mitten ins Geschehen versetzt. Obwohl die Klangqualität für den durchschnittlichen Gebrauch ausreichend ist, können audiophile Nutzer, die nach einem kraftvolleren und detaillierteren Sound suchen, die Anschaffung einer externen Soundbar in Erwägung ziehen. Dies würde den insgesamt etwas flachen Klang deutlich aufwerten und ein noch intensiveres Heimkino-Erlebnis ermöglichen. War dieser Tipp hilfreich? Wenn ja, drücken Sie auf Gefällt mir unter diesem Video. Der Hisense läuft auf dem WIDA-Betriebssystem, das sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und schnelle Reaktionszeiten auszeichnet. Die Menüführung ist intuitiv und dank der Integration von Alexa können Nutzer den Fernseher auch per Sprachbefehl steuern. Zu den vorinstallierten Apps gehören unter anderem Netflix, YouTube und Disney+, die direkt über die Fernbedienung aufgerufen werden können. Besonders hervorzuheben ist die starke Gaming-Performance des Geräts. Mit einer Bild für Erholrate von 144Hz und Funktionen wie Variable Refresh Rate und Auto-Low-Latency-Mode richtet sich der Fernseher gezielt an Gamer, die eine flüssige und reaktionsschnelle Darstellung schätzen. Der Fernseher bietet außerdem eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter vier HDMI-Eingänge, die sich perfekt für aktuelle Konsolen wie die PS5 oder Xbox Series X eignen. Die Dual-Band-Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.0-Konnektivität sorgen für eine stabile Verbindung und reibungsloses Streaming. Was denken Sie? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, welche Features für Sie am wichtigsten sind. Jetzt, da wir die wichtigsten Aspekte des Hisense untersucht haben, ist es an der Zeit, die Vor- und Nachteile dieses Modells zusammenzufassen. Nachteile Klangqualität könnte für anspruchsvolle Nutzer besser sein. Keine Höhenverstellung oder Schwenkfunktion am Standfuß. Sprachsteuerung unterstützt nicht alle Dienste wie Dasun. Vorteile Hervorragende Bildqualität dank QLED und Full Array Local Dimming. Hohe Bildwiederholrate und Gaming-Features wie VAA und ALLM. Benutzerfreundliches Betriebssystem mit schneller Navigation. Gute Auswahl an Anschlüssen und Konnektivitätsoptionen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hisense ein beeindruckender Fernseher ist, der besonders durch seine Bildqualität und die umfangreichen Gaming-Features punktet. Zwar könnte der Sound für einige Nutzer besser sein, doch insgesamt bietet dieses Modell ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, das Video zu liken und Ihre Meinung in den Kommentaren zu teilen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, schauen Sie in die Beschreibung und klicken Sie auf den Amazon Link für aktuelle Angebote. Bis zum nächsten Mal.